Noch ist der Dopp nicht geschlossen und die Finanzjongleure legen nochmal richtig los und schmeißen ihre Geldsäcke in die Höhe. Wir stehen hier um einen Damm zu bauen, ein Damm gegen Spekulation, ein Damm für eine Finanztransaktionssteuer in Europa. Wir stehen hier um einen Damm für eine Finanztransaktion, ein Damm für eine Finanztransaktion, ein Damm für eine Finanztransaktion. Wir stehen hier um einen Damm für eine Finanztransaktion, ein Damm für eine Finanztransaktion, ein Damm für eine Finanztransaktion.